Eben noch gepennt, vom Bett eine leere Flasche, 38 Prozent, zum Frühstück Kavioli, dazu ne Dose Bier. Im Fernsehen läuft noch ein zweimal, und meine Frau, die ist nicht hier. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben, so hab ich es mir gewünscht, alles passt perfekt zusammen, weil jetzt endlich alles stimmt und mein Herz gefallen wird. Nein, hoffentlich jetzt richtig sagt Tschüss, richtig anständig und vornehmt. Okay, also meine sehr geehrte Schafsherde, äh, meine scharfen Herrschaften, nein, meine erschlaften Herren, nein, meine geschafften Herde, ohne Junne, gib ich auch mal. Ja! Ja! Ich will ganz groß, liebe Bühne, Matthias Schreiber! Ja! Schreiber Bordner! Ja! 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 Soll ich euch noch mal vorhören mit? Ob wir wissen, was ein Kondom ist? Äh, Quatsch! Siehst du, das ist fast noch versaut. Soll ich trotzdem? Kennen ihr die Grenze da oben? Nein! Das ist der Kondom! Warum? Weil, da geht nur einer rein und der muss noch stehen. Und jetzt! Zieh ihr euch um! Es geht gleich weiter! Oder geht er schnell? Nee! Nee! Also dann! Ausmacht, bitteschön! Untertitelung aufgrund von der Unity